Herzlich Willkommen liebe 1000BS Fans zum Test der neuen BMW R 1200 GS. Diesmal mit Stargast Klaus Grammer, der kein Rennfahrer ist, Herr Magister, Doktor, Professor der Rechtswissenschaften und Consultant und Selbstständig. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube zum gefüllten 150. Mal fahren wir GS. Aber wir tun es gerne und eigentlich immer gerne. Ich weiß nicht, liegt das ein bisschen am Alter? Bei dir wird es ein Malterling und bei mir... Intelligent. Ja genau. Einerseits Euro 4 Update, also neuer Cut, neues Mapping, aber viele, viele Neuerungen und die größte Neuheit, die steht genau hier zwischen Klausi und mir. Das ist die R1200 GS Rally. Die hat ein paar Dinge in Serie, die die andere als Zubehör hat. Also das ist jetzt schwer zu vergleichen. Zum Beispiel Sitzbank haben wir bei der normalen GS auch aus dem Zubehör. Die Rally Sitzbank, was wir aber nicht haben, sind zum Beispiel diese Enturo-Fußrasten, die mir extrem taugen. Der blaue Rahmen natürlich, absolute Sensation, so wie die ganze Lackierung. Gefällt uns sehr gut, uns beiden. Dann genau, die kreuzbereichen Felgen, auch Zubehör. Eben übrigens mit schwarzer Felge, ganz herrlich. Optional gibt es natürlich Stollenreifen, die haben wir heute nicht oben. Ich finde, das war ein bisschen schlecht, weil ich hätte gern gewusst, wie sich das so fährt. Hätten wir vielleicht ein bisschen in den Schotter fahren können. Aber wir hatten eben auch die Serienreifen der normalen GS, oben die Straßenreifen. Dann gibt es ebenfalls nur für die Rally ein Sportfahrwerk. Das ist höher, das ist härter. Im Nehmen vor allem. Und das gibt es für die normale GS anscheinend noch nicht, möchte ich jetzt einmal sagen. Der Rally Sitzbank Sport Windschild, ich glaube auch das haben wir auf der anderen oben. Zusätzlich Kühler und Rahmenschutz unten, sieht man auch für den härteren Einsatz im Gelände und am Schotter. Eins hat sich natürlich nicht verändert. Der Motor, grundsätzlich Boxermotor, 1170cc, 125 PS, 125 Nm. Das ist endlich einmal leicht zu merken. Und ich habe immer gerne einen, natürlich jetzt nicht Rennfahrer dabei, also einen Menschen, der schon mal ein bisschen Rennen gefahren ist. Weil mich dann immer interessiert, ob dem Rennfahrer, der ja keiner ist, auch ein normales Straßenfahrzeug taugt. Und du bist ja vor allem eher der mechanische, ich möchte mal sagen, analoge Typ. Und deswegen wundert es mich total, weil es gibt kaum was, was mit mehr Elektronik vollgepumpt ist wie ein EGS. Was taugt dir so an diesem Fahrzeug? Das ist wirklich angenehmer, das wirklich lässiger ist. Es funktioniert einfach derartig perfekt und diese 125 PS und 125 Nm reichen vollkommen. Also in jeder Lebenslage, in jedem Drehzahlbereich ist das für den Straßenbetrieb mehr als ausreichend und das ist das angenehme. Bei jedem Überholvorgang immer und Überholvorgang genug Leistung, ohne dass man sich groß darauf konzentrieren muss, welchen Gang man gerade gewählt hat. Das ist lässig. Wie geht es dir mit der Ergonomie? 850 mm bzw. 870 mm, kann man noch höher machen. Ist relativ hoch schon und die Sitzbank ist auch noch relativ breit. Und bei mir kommen auch noch die Koffer dazu. Also da ist der Aufstieg auch mit 1,80 mm oder größer gar nicht mehr so leicht. Wie taugt dir das alles? Lenkerbreit? Da gibt es auch einige, die sagen, du bist schon ein bisschen mächtig. Bist du gut damit zurechtkommen? Nein, ganz optimal. Ich würde sogar, obwohl ich relativ klar bin, den Sitz noch höher machen, weil man es meistens vom Fahren besser taugt. Im Rangieren ist natürlich irgendwann ein Problem. Aber im Rangieren sind Motorräder mit dem Gewicht sowieso ein bisschen ein Problem. Beim Fahren vielleicht noch die höhere Sitzbankvariante, wäre mir sogar lieber. Perfekte Ergonomie. Mir taugt es auch total. Ich brauche auch den breiten Lenker. Zu so einem ausladend gebauten, mächtigen Fahrzeug gehört sowas einfach dazu. Da kann man nicht fahren so sitzen. Das würde nicht funktionieren. Auch von der Fahrdynamik, finde ich, würde mir etwas fehlen. Ich habe es angesprochen. Noch mehr Elektronik, also so wie bei kaum einem anderen Motorrad, außer die Turmbomber, die Luxusbomber K1600 und sowas. So viel Schalter, wie wir da haben. Allerdings auch hier keine Überraschung. So, jetzt ist meine Brille wieder runtergeflogen, die ich gerade reparieren habe lassen. Auch hier alles voller Extras. Wir müssen einmal das Ganze relativieren. Serienmäßig haben wir ABS. Wir haben ASC, Automatic Stability Control. Das heißt Traktionskontrolle, die einfache Traktionskontrolle, die Vorderrad- und Hinterradgeschwindigkeit misst. Dann haben wir zwei Fahrmodi, Road und Rain, ganz normal. Und alles andere ist eigentlich schon extra. Also Anti-Hopping haben wir noch, Nasskupplung mit Anti-Hopping-Funktion. Und alles andere ist eigentlich schon extra. Das richtig fette Elektronik-Paket bekommt man dann erst mit dem Fahrmodi Pro. Da kommen eigentlich insgesamt vier Fahrmodi dazu. Das sind Dynamic, Dynamic Pro und Enduro und Enduro Pro. Die Pro-Modi verlangen allerdings wieder einen extra Dongle, oder was, den man dann einsteckt und wo man das freischalten kann. Es kommt aber noch dazu die Heel-Start-Control. Ganz was Wichtiges, oder? Der Tag auf anfangen kann. Es kommt dazu das ABS-Pro, die dynamische Traktionskontrolle und, und das ist wirklich die absolute Situation für uns zwei, das dynamische Bremslicht. Oder? Das braucht man. Ohne den würde es nicht gehen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau. Ich habe es nicht gesehen mit dir. Ich war wahrscheinlich halberfahren. Ich habe es auch nicht beobachtet, obwohl wir ständig fährtest angebremst haben in der Kurve. Das System funktioniert einfach so, wenn man wirklich scharf anbremst, bis 50 blinkt das Licht und wenn man dann unter 50 kommt, das heißt, wenn man zum Beispiel sich einem Stau nähert, einem stehenden Fahrzeug, dann fängt sogar die Warmblinkanlage zu blinken an. Ist ein Sicherheitsfeature, kann man darüber diskutieren. Ich würde sagen, schaden wird es nicht. Genau. Genau. Es ist ja nicht schlecht, dass das jetzt in diesem dynamischen Fahrmodi-Paket drin ist. Ist ein bisschen komisch, aber nicht schlecht, wenn es dabei ist. Um ein bisschen einen Überblick zu kriegen, um das Ganze ein bisschen zu bündeln, gibt es drei Pakete. Das Dynamik-Paket, das Komfort-Paket und das Touring-Paket für jeden Fahrertyp. Und das kann man natürlich weiter individualisieren, erweitern um 100.000 Zubehör-Features, die wir da aufgezählt haben. Es sind mehrere Seiten an Zubehör, die es original von BMW gibt. Ganz zu schweigen von Touratec, Wunderlich und Co. Beim Dynamik-Paket ist dabei das DTC, also Dynamic Traction Control, LED-Scheinwerfer, Hillstart Control, Schaltassistent Pro. Den haben auch wir oben. Hast du den probiert? Ist dir das aufgefallen? Der ist da oben. Rauf und runter schalten, ohne Kuppeln. Fahrmodi Pro mit all den weiteren Fahrmodi und dem, was ich aufgezählt habe, ABS Pro und LED-Blinker. Beim Komfort-Paket sind dabei eine vergrunnte Abgasanlage, Heizgriffe, RDC und Handschutz. Und beim Touring-Paket ist das Dynamic Acer dabei, Keyless Ride, Bordcomputer Pro, Vorbereitung für Navigationsgerät, Temporegelung und Kofferhalter. Ja, was ist eine GS ohne Koffer? Eine GS ohne Koffer? Natürlich, aber besser ist sie mit Koffer, weil dann kann man ein bisschen was verstauen. Das brauchen wir natürlich immer speziell, wenn wir Kamera-Equipment und vielleicht einmal Regenweste mit haben. Ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie das funktioniert. Ist total easy. Ich habe hier einen extra Schlüssel. Das ist ja dieser elektronische Schlüssel, den ich einfach einstecken kann und dann mit dem Knopf starten. Für die Koffer brauche ich eben einen eigenen. Den muss ich eben nur so umdrehen und dann kann ich hier auf diesen gelben Knopf drücken, Open und den Hebel in die Höhe ziehen. Jetzt habe ich wieder zwei Hebel. Mit diesem gelben Hebel, wenn ich den drücke, kann ich den Koffer öffnen. Zacki. Schönes Hellkörperl drin. Dann der rote Knopf, den kann ich nicht drücken. Den muss ich in die Höhe ziehen. Release. Pull. Und dann geht hier ein weiterer Hebel auf. Der ist auch rot. Und wenn ich den nach oben stelle, kann ich den Koffer einfach ganz easy abnehmen. Also, das finde ich ein echt gelungenes, durchdachtes und vor allem auch stark robustes System. Jetzt muss ich eben wieder den Hebel runterdrücken und den zweiten nicht vergessen. Sonst kann ich ja hier den Henkel gar nicht wieder schön hier einrasten lassen. Runddrehen. Fertig. Bei uns glaube ich so ziemlich alle Pakete und alle Features oben. Fast, wenn ich mir das so anschaue, was da am linken Lenkerende alles drauf ist an Drückern. Und dann haben wir noch dieses Handrad. Da können wir super das Navi bedienen. Kann man sich sogar zum Beispiel bei uns den Reifendruck anzeigen lassen. Und viele andere Features. Dann gibt es noch tausend Features auf dem LC-Display, die man während der Fahrt gar nicht alle durchschalten sollte. Sonst liegt man ziemlich schnell. Keyless Ride haben wir. Da wird auch der Tankdeckel verschlossen bzw. entriegelt. Unfassbar. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was unsere Testfahrzeuge kosten, aber es wird mehr als 20 sein. Es wird vielleicht 30 sein oder was glaubst du ungefähr, wenn du das zusammenrechnen? Ich würde mal sagen, ein normaler Monatslohn. Circa. Für den Herrn Prof. Dr. Mag. Jusjur ist es sicher ein Monatslohn. Für mich ist es natürlich ein Jahreslohn. Oder? Nein, es geht sich nicht ganz aus. Da haben wir was für dich. Da haben wir was Analoges, Mechanisches. Höhenverstärkeres Fenchel mit ganz normalen Hand dran. Großartig. Sehr gut. Und das wirklich einzige elektronische Feature, das ich wirklich genutzt habe, das habe ich auch das erste Mal benutzt, der Tempomat. Ich finde gerade da, sagen wir rund um den Mondsee, wo man weiß, dass die Exekutive durchaus rigide vorgeht, ist sowas gar nicht schlecht. Das ist alles 70er, 50er. Also so ein Tempomat. Das ist wirklich für ein turntaugliches Motorrad was, was ich überall haben möchte. Und eines hast du noch genutzt, ausgiebig, weil du natürlich schlechtestens ausgerüstet bist. Da die Heizgriffe. Wie immer die Heizgriffe. Immer Vollgas. Ich finde aber Heizgriffe macht erst dann richtig Sinn, wenn du auch vorne Handcarts hast, das vorne auch geschützt ist. Übrigens beginnt es gerade zu regnen. Wir müssen noch tanken fahren. Was mich trotzdem wundert, wie du zurechtkommst mit so einer Bremse. Das ist doch ein anderes Gefühl. Garantiert wie bei deinem Rennmotorradl, wo du wahrscheinlich nicht wirklich viel Elektronik drauf hast. Nein, aber die Bremse ist von der derartigen Qualität, dass man überhaupt auf der Straße kein Problem hat. Und das ABS funktioniert mittlerweile auch so gut, dass es auch sehr gut ist, wenn man es auf der Straße hat, auf der Straße ist durchaus ein Sicherheitsgewein und gehört dazu. Ich bin auch immer fasziniert, wie stabil das Ganze bremst mit Paraleber, Teleleberaufhängung. Das schleift sich ein. Das ist ein Wahnsinn. Man hat immer ein gutes Gefühl. Und das Gefühl, dass ich auch immer auf der GS habe, sobald ich drauf sitze, ich könnte jetzt 1000 Kilometer fahren. Das ist sowas, da denkst du sofort in die Weite, in die Ferne. Das ist nichts für eine schnelle Ausfahrt für mich. Ich bin ja auch eher so der Hausstreckentyp. Kurz rauf, runter. Aber damit heute immer, bist du eine Weltreise? Wahnsinn. Irgendwo fahren wir in Spanien oder so. Aber dort ist es auch schier leider. Und das kann in der Qualität meiner Meinung nach nur ein GS, die noch einmal aufgerüstet ist, noch einmal verbessert wurde. Man kann sich jetzt kaum noch durch Stickig der Elektronik und der Features schauen, aber man muss sich wirklich damit beschäftigen. Schaut euch das einfach an. Was braucht es hier? Vorm Start umbringen, anschauen, weil während der Fahrt ist es direkt kritisch. Ja, wenn es einmal oben ist, dann auch anschauen, wie schauen die Einstellungen aus. Aber auch vorher, was brauche ich wirklich? Was nutze ich? Was macht man das Leben leichter? Was macht man das Leben aber vielleicht auch schwerer? Weil die Elektronik, da muss man eben schon ein bisschen schauen, wie gesagt, und das beherrschen, wie man das jetzt aufeinander abstimmt. Wer aber das volle Paket will, ja, das schaut dann ungefähr so aus wie bei uns. Und ist natürlich kein Fehler, wie bei Vollausstattung beim 7er BMW, der da hinten steht. Wie gesagt, leider heute keine Schotterstraßen für uns, keine Tour durch den Wald oder so, aber auf dem Asphalt, Michelin Anarchy, drauf. Haben wir gesehen auf beiden, hat für mich sehr gut funktioniert. Und was auch überraschend war die Schräglangenfreiheit, war absolut ausreichend. Also ich bin nur kurz aufgekommen und da war es aber wirklich schon weit unten. Sollte aber auch dann nicht viel weiter noch gehen, weil irgendwo kommt der Zylinder und dann ist, glaube ich, vorbei mit dem Spaß. Aber alles in allem für mich ein so komplettes Motorrad. Das ESA würde ich auf jeden Fall nehmen, Fahrmodi Pro wahrscheinlich auch, aber dann eben vielleicht Deppomat und sowas bräuchte ich nicht oder irgendeinen super ausgestatteten Bordcomputer. Auf was würdest du nicht verzichten? Sicher nicht mehr auf dem Dempomat, sicher nicht auf Teitzgriff und sicher nicht aufs ESA. Okay, also wie gesagt, auch da unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse bei euch sicher auch. Sagt uns vielleicht, was ihr unbedingt braucht und was nicht und was ihr einfach absolut unnötig findet. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, besser als der Regen uns jetzt gefällt, dann schenkt uns bitte einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch die anderen Videos an. Wir haben auch noch andere BMWs getestet und hinterlassen uns bitte einen Kommentar. Was braucht der Motorradfahrer und was braucht er nicht? Danke fürs Zuschauen. Und wir müssen feststellen, der Cool ist auch dafür schnell rein und raus. Okay, danke. Das war das Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020